Hallo Leute bei Blondeneck unser neuer Lieblingswein vom Aldi, der Apunto Rosso Lazio Jahrgang 2013. Überraschend lecker, öffnet total einfach, er korkt nicht, ein Traum. Schmeckt sehr fruchtig, schön. Er ist ein angenehmer Rotwein, er ist ein trockener Rotwein, aber er hat ein paar interessante Beerenusen und hat, ich glaube, 13% Alkohol und oder wieviel, korrigieren Sie mich, meine Assistentin korrigiert mich? 13! Oh, ich hab das genau richtig, genial. Und vielen Dank natürlich. Für 4,99 bei Aldi Süd überall in Deutschland zu haben, total lecker, dankeschön. Eppel und Eck Rotwein Test in 4K. Hoop, 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 tschüss. Bistau! Töne! Töne! Auf! Vielen Dank.